Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Call of Duty Infinite Warfare im Singleplayer Modus. Wir waren dabei, ähm, diverse Nebenmissionen mal uns näher anzusehen. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten auch direkt mit der nächsten. Operation Dark Quarry ist nur außerhalb. Es gibt einen alleinigen Destroyer in einem Asteroidfeld, die in Europa orbitiert. Sie gehen in den Block, unseren Zug zu das Wasser. Jetzt ist das Schiff allein. Es sollte ein schnelles Wunsch sein. Wir befinden den Solus und ihn verhindern. Was haben wir hier? Energy. Probieren wir mal was Neues aus. Das ist... Oh! Ah, wir bleiben bei dem Schild. Was macht, denke ich, die Fresse so oft, wie wir auf die Fresse kriegen. 1, 2, Tower advises. Stay here, Retribution on Approach. Roger. What's your check? Scars are locked. Roger, we're green. Launch in 3, 2, 1. Bam! Oh, man. Bravo! Mmh. Alsoquiert... Gator? Wir sehen uns nur da. Okay. ... ... ... Hmm. Okay. Reiter, ich habe ein Eyebeern, den Destroyer. Entworfen alles in meinem Position für Vantage. Ich glaube, das wird nichts. Ja, es ist eine Abwechung. Ah, easy. Ow. Enemy off. Target 12 o'clock. Wäre das Mist, wie ich mich verarschen? Geht doch, ach komm! Wo willst du mich mit den Raketen erwischen? Du kriegst auf die Nase. Ja, ich bin noch dabei, halt die Klappe. Ja, ich bin noch dabei, halt die Klappe. Ja, ich bin noch dabei, halt die Klappe. Ich bin noch dabei, halt die Klappe. Ja, 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 ich bin noch dabei. Ja, ich bin noch dabei. Ja, ich bin noch dabei. Ja, ich bin noch dabei, halt die Klappe. Ja, ich bin noch dabei. 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 Das war nicht mein Plan, ich wollte eigentlich drunter durchfliegen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Das ist super sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020